hmmm metal leute willkommen wir schauen wünsche und finanzen bei demütigung demons zweitkanal schaut auf jeden fall bei ihm vorbei ich bin sehr gespannt was er zu der ganzen thematik zu sagen hat wenn ich jetzt an finanzen denke dann fällt mir jetzt letztens das ein wo reiner sich das neue selection of zelda gekauft hat für ich glaube 70 oder 60 euro und am selben tag oder am tag danach noch auf discord nach essensgutschein gefragt hat das fand ich auf jeden Fall sehr utopisch also man muss aber auch man muss im leben auch einfach prioritäten setzen das muss man auch einfach so sagen na gut leute ansonsten noch mal viel liebe an den ogre an anru an dodo und an sebastian für die level 5 mitgliedschaft wir gehen rein let's go und wieder mal wird im großen maße blödsinn und gefährliches halbwissen ins internet geschleudert von wem natürlich von unserem lieblings franken mit den leuchtaugen meddle leute diemen hier das wetter wird ja langsam besser und das ist grundsätzlich etwas schönes insbesondere wenn man obdachlos ist reiner allerdings hatte etwas besseres zu tun dass er wirtschaftete geld musste sofort investiert werden nein nicht in ausrüstung lebensmittel oder eine unterkunft sondern in the legend of zelda ich hatte es gerade angesprochen okay also er erzählt ist sogar wunderschön das war wirklich wieder so ein move wo ich dachte wie grüße auch von mir an hage aus bunde berg 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 les berg les berg danke für die unterstützung ich krieg deinen namen nicht auf die kette tut mir leid nein aber an der aktion mit der zelda sache und den fragen danach essensgutschein oder so habe ich auch wieder gesehen wie lost reiner im kopf eigentlich ist das ist wirklich so utopisch wie lost reiner im kopf eigentlich ist wirklich du kaufst du ein spiel für 60 70 euro ich weiß ich weiß nicht 60 oder 70 eins an beiden und hast dann kein geld mehr für essen oder trinken was ja ja weiß ich nicht auch relativ wichtig zum leben ist und entscheidest dich dann bewusst dafür dir lieber das spiel zu holen clever sehr clever als eingefleischter fan ist das natürlich eine selbstverständlichkeit und man hat schließlich genug geld nach so hat man nicht nein denn im discord postete reiner dann folgendes hat jemand einen gutschein für essen für mich es ist schön dass es anspricht wunderbar wirklich da habe ich mir auch so gedacht Carsten prestini das ist doch mal ein name den ich aussprechen kann auch sogar eine wangele 5 mitgliedschaft ganz viel lieber dich und dein support was wollte ich jetzt sagen ja ich hatte es schon gesagt eigentlich einfach nur komplett dumm da wollte ich eigentlich ein eigenes video zu machen nur dadurch dass ich halt durch meine weisheitszahn op ein bisschen verhindert war konnte ich das leider nicht aber es war wirklich also da dachte ich mir wie blöd kann man sein ja es ist nicht so leicht das vagabunden leben ständig diese entscheidung zwischen gaming und essen wie dem auch sei die diversen streams mit hervorragendem internet empfangen gaben auch wieder einiges her so war diesmal das thema fahrverbot ein großer aufhänger dieses thema gab wieder interessante einblicke in reiners gedankengänge um diese ganze sache einmal zusammenzufassen Rainer behauptet dass man mit einem fahrverbot welches er aber natürlich nicht hat kein fahrrad fahren darf grundsätzlich gilt wenn aufgrund eines fahrverbots die fahrererlaubnis für ein bestimmtes fahrzeug entzogen wurde darf man auch kein fahrzeug dieser art im öffentlichen verkehr führen ein fahrverbot bezieht sich normalerweise auf motorisierte fahrzeuge wie autos motorräder oder teilweise sogar ebikes und scooter da ein fahrrad jedoch kein motorisiertes fahrzeug ist darf man es in der regel auch während eines fahrverbots weiterhin nutzen wisst ihr warum ich demon mag weil er diese sachen so erklärt wie er das erklärt er hätte auch einfach sagen können die aussage ist ja mal hageldumm weil ein fahrrad logischerweise kein motorisiertes fahrzeug ist aber er hat das nochmal schön ausführlich erklärt das mag kein demon sehr sehr gern das fahrrad fällt nicht unter die fahrerlaubnis vorschriften und ist somit nicht von einem fahrverbot betroffen Rainer bringt hier mal wieder ein paar dinge durcheinander er erwähnt nämlich auch dass man im schlimmsten fall sein führerschein abgeben muss wenn man betrunken fahrrad fährt das ist ganz grundsätzlich korrekt und passiert sogar häufiger als man denkt Rainer hat hier aber wieder zwei verschiedene sachverhalte durcheinander gebracht dies sieht man häufiger bei ihm sein ich nenne es mal fachwissen bezieht er immer aus solchen quellen meistens besteht sein wissen aus anekdoten von rudy also zum beispiel studenten sind alle faul und arbeitsscheu ja oder aus irgendwelchen dokus die er mal so nebenbei beim zoggen gesehen hat und dann ist er im discord oder im stream und verbreitet sein halbwissen ja und wehe du weißt es besser ja dann wird aber etwa der bannhammer der bannhammer geschwungen das ist natürlich klar oder anekdoten aus irgendeiner dorfschänke wie zum beispiel sein wissen und seine einstellung über politik dann schaut Rainer noch die ein oder andere dokumentation und vermischt dann all diese informationen ja wie gesagt Rainer einfach universal gelehrter ne wenn ich am tag drei vier dokus gucke ne nebenbei ein bisschen zogge ne dann höre ich mal in der kneipe noch ein bisschen zu was da so abgeht dann weiß ich eigentlich auch über alles bescheid also da gibt es für mich eigentlich keinen zweifel und dann kommt eben das raus ja was wir von ihm kennen es ist ja grundsätzlich nicht schlimm wenn man absolut nichts weiß und in keiner sache gut ist wenn man aber mit seinen fehlinformationen hausieren geht wird es kritisch glücklicherweise wird er von niemandem ernst genommen das gesamte thema führerschein fahrerlaubnis oder fahrverbot ist aber sowieso irrelevant denn Rainer wird nie wieder in seinem leben legal auto fahren das würde ich aber auch mal sagen bei mpu schafft er eh niemals und ich glaube auch mal abgesehen davon selbst wenn er da alles geben würde er würde gar nicht diesen ja diese motivation entwickeln wirklich sich mal da dran zu setzen und sich darum zu kümmern deswegen da bin ich auf die mit seite legal sehe ich Rainer auch nicht mehr in dem pkw aber muss ich auch sagen gott sei dank dass er mich nicht mal mit 100 sachen 80 mit seinem wirklich ausgezeichneten fahrverhalten da über die autobahn brettert ist oder irgendwie auf irgendeiner wiese versucht hater anzufahren und sein auto als waffe zu benutzen ja ist dann doch vielleicht besser nicht wahr er selber sieht es noch anders aber spätestens wenn diese tatsache auch bei ihm ankommt kann man sich auf den nächsten meltdown freuen kommen wir aber zum eigentlichen thema wünsche Rainer streamte auch heute mittag wieder über tiktok die beste laune hatte er mal wieder nicht verständlich wichtige themen in diesem stream waren wünsche zukunft und finanzen Rainer sagt am anfang dass er gerne häufiger streamen würde das geht aber leider nicht da er auf tiktok so gut wie kein geld verdiene naja aber momentan ist es ja nun mal seine einzige einnahmequelle also macht diese aussage mal wieder keinen sinn ja das wollte ich auch gerade anbringen das macht halt wieder absolut gar keinen sinn wie hat Rainer eigentlich den führerschein damals bekommen mal und ich habe keine ahnung ich weiß auch nicht ob man ihn aus mitleid hat damals durchkommen lassen er hat ja erzählt diese theoretische prüfung hat er irgendwie vorgelesen bekommen weil ihm das irgendwie so leichter fällt aber wie er durch die praxis gekommen ist kann ich mir auch nicht erklären vielleicht ist das so ein Dorfding ja das war Rodis Bua den lassen wir mal durchkommen so mehr oder weniger keine Ahnung aber ich kann mir auch nicht vorstellen wie das da vonstatten gegangen ist dass Rainer damals wirklich seinen Lappen bekommen hat und der Grund für das seltene Stream ist seine Faulheit und jetzt eben Zelda ach nein auf Odyssee verdient er ja auch noch ein paar Cent nebenbei eigentlich wollte er dann auch schon offline gehen aber er merkte dann dass er erst seit einer halben Stunde streamt allein daran sieht man mal wieder dass es für ihn wirklich nur darum geht die sogenannte Pflichtstunde zu erfüllen die mir würdest du jetzt sagen dass Rainer nicht gerne streamt also bitte das kann doch gar nicht sein es ist halt wirklich utopisch wie er nur das Minimalste an Arbeit reinsteckt und wie er wirklich am Tag dreimal den Stream neu startet weil er merkt oh ich hab mal wieder kein Geld etc ey wirklich hör auf mit dem Internetzeug und such dir eine Arbeit Rainer mein Gott er machte dann aber doch weiter ein Zuschauer stellt eine interessante Frage was wäre dein größter Wunsch wenn die Umstände normal wären utopisch hin oder her Rainer sagt dass seine Wünsche überhaupt nicht utopisch sind er will sich nur eine Frau suchen zwei, drei Kinder vielleicht auch vier und einen vernünftigen Job bei dem er sich auch mal was zurücklegen kann klingt für mich schon sehr utopisch zumindest für Rainers Verhältnisse viele von euch da draußen beziehungsweise generell normale Menschen schaffen es natürlich sich eine Frau oder einen Partner zu suchen mit dem man sich halt gut versteht mit dem man gut klarkommt wo man sich gegenseitig ergänzt wo man dann vielleicht auch mal eine Familie gründet vielleicht nicht unbedingt mit vier, fünf Kindern wie Rainer das gerne hätte Gott bewahre wenn der irgendwann Kinder hat mein Gott aber das ist für mich in Rainer Situation schon sehr utopisch und auch diese Aussage mit dem Job er hätte gerne einen gut bezahlten Job wo er sich was zurücklegen kann Rainer du hast eine Sonderschule besucht Rainer du hast keine Ausbildung du hast keine richtige Arbeitserfahrung was glaubst du denn was du verdienst wenn du irgendwo anfängst ja zwölf Euro Mindestlohn vielleicht oder so aber mehr auch nicht also du gehst da nicht mit weil sie nicht zwei, dreitausend Euro nach Hause Rainer er möchte einfach ein ganz normales Leben führen diesen Wunsch kaufe ich ihm sogar in gewisser Art und Weise ab es ist aber wie immer bei Rainer ein eher kindlicher Wunsch da ist irgendwo irgendwie ein Ziel dieses Ziel will er erreichen und wenn er es ganz oft sagt und ganz fest daran glaubt ja dann passiert das halt irgendwann wie soll er jemals ein normales Leben führen wie soll er mit seinen Fähigkeiten jemals einen Job finden bei dem er genug Geld verdient um eine Familie zu versorgen und gleichzeitig etwas zurückzulegen er selber widerspricht sich natürlich auch wieder denn einerseits hält er diese Wünsche für nicht utopisch und andererseits behauptet er es sei ihm unmöglich wieder normal zu arbeiten ja stimmt daran hatte ich gar nicht gedacht siehste also auch mal wieder schön selbst widersprochen das größte Problem hierbei ist auch Rainers Selbstverständnis er hatte eigentlich immer viel Glück im Leben und einen sehr guten Start das hält er jetzt für selbstverständlich Millionär will er nicht werden einen teuren Sportwagen will er auch nicht ein Ranger oder Raptor reicht vollkommen aus naja und ein Haus also Eigentum und Grundbesitz möchte er natürlich auch noch wie unrealistisch das Ganze schon für einen ich nenne es mal normalen Sonderschüler also für einen Menschen mit ähnlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten der sich jedoch nicht im Internet zum berühmtesten Anti-Influencer hochgearbeitet hat ist versteht er natürlich mal wieder nicht annähernd ja einfach nur utopisch auch für viele normale Leute ist es heutzutage ja in weiter Ferne dieser Traum aber für Rainer der mit 25 ein Haus geschenkt bekommen hat der ein Erbe bekommen hat der dann nochmal viel Geld für sein Hausverkauf bekommen hat der mein Gott der gibt ihm doch mal ein bisschen mehr noch das steht ihm doch quasi zu Rainer hatte eine Zeit lang tatsächlich ein hohes Einkommen als er am erfolgreichsten auf YouTube war war ich Moderator bei ihm und konnte sehen dass seine Aussagen mit 6.000 bis 8.000 Euro im Monat nicht gelogen waren überlegt euch das mal ein Sonderschüler das muss man ja wirklich sagen ein Sonderschüler hätte weiß ich nicht was kriegst du als Sonderschüler keine Ahnung 1.200 vielleicht 1.400 Euro mit einem Monat harter Arbeit sag ich mal ja wenn überhaupt so und Rainer hat es natürlich dann wirklich am Ende in der YouTube Zeit geschafft 6.000 bis 8.000 Euro monatlich zu verdienen ja das ist schon sehr sehr viel Asche und ich sag mal so wie es ist es ist halt wieder einfach nur strunzdumm gewesen dieses Geld nicht zurückzulegen oder anzulegen oder wenigstens einen Teil anzulegen für schlechte Zeiten Rainer ja als YouTube als Rainer seinen YouTube gesperrt wurde wurde Rainer besiegt ne diese diese ganzen kleinen weiß ich nicht diese Sachen mit TikTok und so weiter ja das ist alles schön und gut aber man sieht es ja wie oft er streamen muss wie oft er um Geld betteln muss wie oft er seine E-Bahn irgendwo reinhält und sagt Edzadler bitte ich brauche Unterstützung ich brauche doch nur 160 Euro bis Montag bla 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 daran merkt man wie verzweifelt Rainer ist und wie schlecht sein Leben läuft und ich gönne ihm das zu 100% weil er auch absolut selbst daran Schuld hat so jetzt wollen wir erstmal weiter weil ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet ach du scheiße Kwinke danke fürs Abo und deinen untersprechlichen Namen dass er dieses Geld trotzdem innerhalb eines Monats verballert hat lassen wir mal so stehen darauf gehe ich gleich nochmal ein das ist auch so ein Ding egal ob Rainer wirklich 1000 Euro verdient oder weiß ich nicht 50.000 Euro im Monat jetzt übertrieben gesagt es ist vollkommen egal entweder er lebt halt ja sehr sparsam mit wenig Geld oder er hat diese 50.000 im Monat und verschleudert die halt auch für weiß ich nicht irgendwelchen Technikkram oder für irgendwelche Spiele oder irgendwelche weiß ich nicht Handy Game Ingame Währung oder so deswegen es ist vollkommen egal wie viel Rainer verdient am Ende des Monats ist der Kontostand auf Null und das ist das ganz große Problem bei ihm was er einfach nicht erkennt viel wichtiger ist dass es durch diese Zeit für Rainer normal geworden ist über so viel Geld zu verfügen er hält diese Summen also für standesgemäß und vollkommen realistisch um diese Summen im normalen Leben zu verdienen braucht man entweder eine sehr gute Ausbildung Studium oder sehr viel Glück nochmal auf normalen Wege hätte Rainer niemals so viel Geld verdient nicht mal annähernd so viel Geld vielleicht hat er auch noch einen Funken an Hoffnung dass er durch sein Kram im Internet irgendwann mal wieder so viel verdienen wird aber spätestens seit dem Bann auf YouTube ist es vollkommen unrealistisch alle Plattformen auf denen er wirklich gutes Geld verdienen könnte wollen ihn nicht haben ihm bleibt also nur noch das Betteln auf TikTok Dünnes Eiskumpe bekomme aus der Förderschule habe eine Ausbildung zum exterminierten exterminierten ich lasse mal exterminiert stehen Altenpfleger gemacht und will nicht mit Rainer eine Schublade gesteckt werden nein das hast du vollkommen falsch verstanden ich stecke eben nicht alle Leute aus der Sonderschule in eine oder aus der Förderschule in eine Schublade das ist eben das Ding Rainer ist ja nochmal so eine Sache für sich Rainer müsste eigentlich doch zu irgendeiner Schule unter der Förderschule weil Rainer wirklich ein sehr besonderer Mensch ist und ich sage auf gar keinen Fall dass Leute die in der Förder- oder Sonderschule waren es zu nichts bringen können denn wenn du Fleiß an Tag legst kannst du deine Sonderschule abschließen du kannst dein Realschul dein Hauptschulabschluss was auch immer nachholen du kannst dir eine Ausbildung suchen du kannst da die Ausbildung gut abschließen du kannst einen festen Job haben kannst dich da gut anstellen kannst dich hocharbeiten deswegen ich will gar nicht sagen dass man mit Fleiß nichts bewirken kann auch wenn man aus der Sonderschule oder Förderschule was auch immer kommt aber ein Rainer der kann es eben nicht weil ihm genau dieser Fleiß eben fehlt also auch auf diesem Wege wird das nichts mehr keine keine normale Frau wird etwas mit ihm anfangen geschweige denn Kinder mit ihm zeugen es stimmt zwar Rainer könnte an seiner Situation etwas ändern er könnte sich komplett zurückziehen und ich gehe realistisch davon aus dass er nach drei Jahren ja vielleicht seine Ruhe hätte der ganze Spuk wäre vorbei das ändert aber nichts daran dass er immer mal wieder erkannt werden würde und wer möchte schon irgendwann darauf angesprochen werden ob denn der Ehemann oder Vater nicht derjenige von damals ist denn die ganzen Skandale und Taten sind und bleiben im Internet das ist es nämlich das Internet vergisst nichts und auch wenn Rainer Winkler wirklich mal ja von der Bildfläche weg sein sollte dann kann man halt mit dem einzigen mit einem bestimmten Finger oder auch anderen ja Videos und Kanälen im Internet nicht nur auf YouTube sondern auch auf vielen anderen Seiten Videos über Rainer Winkler schauen und auch wenn diese Videos irgendwann viele Jahre alt sein werden dann wird man trotzdem sehen was Rainer für ein Mensch war und wenn man diesen Mensch dann weiß ich nicht trotzdem nochmal auf der Straße antrifft dann ja mag man diesen Menschen trotzdem immer noch nicht so gern wisst ihr ich meine das Internet vergisst einfach nicht natürlich würde der Hate viel abflachen aber ich bin der Meinung auch nach Jahren wenn Rainer aus dem Internet wäre auch nach Jahren würde es immer noch vereinzelt immer irgendwelche Leute noch geben die Rainer erkennen und ja deswegen ihm nicht so wohlgesonnen sind zum anderen würde dieser Rückzug auch nichts an Rainers Einstellung oder Charakter ändern ich bin ja schon beim letzten Mal darauf eingegangen dass auch die Beziehung zu Mona in die Brüche ging und das ganz ohne Beteiligung der Hater Allein die Vorstellung dass Rainer irgendwann für andere Menschen verantwortlich wäre ist nicht nur utopisch sondern regelrecht angsteinflößend das stimmt ich hatte es ja vollständig steht euch vor der hat wirklich mal ein Kind also natürlich Jugendamt wird eingeschaltet blablabla aber überlegt euch mal diese diese Utopie wenn er wirklich für ein Kind zuständig wäre oder generell für andere Menschen er kommt ja noch nicht mal mit seinem eigenen Leben richtig zurecht Er kann sich ja nicht mal um sich selbst kümmern und ohne die Hilfe von Dritten wäre er schon längst im wahrsten Sinne des Wortes besiegt Ich war kurz davor die Internationale anzustimmen als Rainer dann noch sagte er sei ein Teil der Arbeiterklasse wer kennt sie nicht die Arbeiterklasse die seit 10 Jahren nicht arbeitet Wie gesagt für Rainer ist das nicht utopisch aber für mich war es in meiner Kindheit auch nicht utopisch Astronaut oder Fußballprofi zu werden Ja genau nur ist Rainer halt kein Kind mehr sondern ein 33-jähriger Mann oder so das muss man halt auch im Hinterkopf verhalten und zu der Arbeiterklasse ich sag mal so ich hatte es schon öfter gesagt YouTube kann eine Arbeit sein definitiv und ich möchte mich da jetzt nicht als Beispiel nehmen das hatte ich schon mal gesagt nicht ich der blöde Wingelwogge der mal auf ein paar Videos reagiert mal rumlacht das ins Internet rotzt und fertig sondern es gibt viele YouTuber die machen das hauptberuflich die machen das ja die stecken da richtig viel Arbeit rein und das ist natürlich dann auch eine richtige Arbeit mit Arbeitsstress da zähle ich aber Rainer auf gar keinen Fall dazu deswegen nur weil Rainer YouTuber ist heißt es ja nicht dass er nicht arbeiten muss aber ja so wie Rainer YouTube macht oder jetzt nicht wer YouTube sondern TikTok äh ja kann man das nicht wirklich als Arbeit bezeichnen höchstens als Fanmanagement nur war ich damals sieben und Rainer ist da in dreißig kommen wir nun nochmal zum Thema Finanzen ein Zuschauer fragte zu Recht warum Rainer The Legend of Zelda kauft und dann auf dem Discord nach einem Essensgutschein bettelt gute Frage naja aber Rainer hatte natürlich auch die passende Ausrede parat er hat sich das Spiel ja schon vor Monaten bestellt der Zuschauer merkt dann aber an dass seine Situation auch schon vor Monaten kritisch war und äh man kann auch einfach ein vorbestelltes Spiel noch abbestellen das ist jetzt nicht äh wirklich eine gute Ausrede Rainer ja aber Rainer liebt Zelda einfach zu sehr er würde dafür sogar im Wald schlafen denn Zelda ist für ihn ein Lebensgefühl dann ist Rainer ziemlich lost er freut sich schließlich schon seit Monaten drauf geschenkt der Zuschauer lässt aber nicht locker und merkt an dass er in seiner aktuellen finanziellen Situation nicht unbedingt bei Subway frühstücken muss Rainer sagt aber dass es bei Subway gar nicht so teuer ist also ungefähr 13 Euro oder so außerdem hatte er Hunger Junge wenn du ein Obdachloser bist der nicht viel Geld hat dann gehst du zu Netto zu Norma oder zu irgendwo hin holst dir ein paar billige Brötchen vielleicht ein bisschen Wurst oder irgendeinen Aufstrich und isst das so und gehst dich zu Subway für 13 14 Euro frühstücken macht mich das mit unglaublich Rainer hat natürlich wie immer recht die meisten Obdachlosen beginnen ihren Tag erstmal mit einem ausgiebigen Frühstück bei Subway bestellen sich dann ein oder zwei neue Spiele für ihre Nintendo Switch dann fahren sie noch ein wenig mit einem E-Scooter durch die Gegend bis sie dann am Ende des Tages glücklich und gemütlich im Hotelzimmer für 60 Euro einschlafen Ja das ist das Leben der Obdachlosen das wird immer so schlecht geredet eigentlich geht es ja gar nicht so schlecht Alter das ist utopisch Für die 13 Euro hätte er ja wie ein vernünftiger Mensch den gesamten Tag auskommen können also Frühstück Mittag und Abendbrot Rainer kann das natürlich nicht und kurz vor dem Bann sagt der Zuschauer dann noch dass Rainer trotzdem nicht mit Geld umgehen kann und das kann ich zu 100% unterschreiben Ich hatte ja am Anfang des Videos erwähnt dass Rainer durchaus Zeiten hatte in dem er knapp 8000 Euro im Monat verdient hatte Dann gab es auch vor ein paar Jahren Monate in denen er nur ein paar 100 Euro verdient hat Es machte jedoch nie einen Unterschied Am Ende des Monats war alles weg Genau das hatte ich vorhin angesprochen und warum weil Rainer eine Geld Verbrennungsmaschine ist Rainer sieht diese Summe auf seinem Konto und überlegt nicht na gut das ist nicht so viel mein Gott da muss ich jetzt diesen Monat sparsam sein oder sieht oh das ist aber viel naja dann lege ich was zur Seite sondern die Summe ist eigentlich relativ egal die hat eigentlich nur eine Ausdruck darauf was er wo ist was er wie macht aber nicht wie viel er ausgibt denn Fakt ist am Ende des Monats steht ja natürlich eine Null Rainer wirft sein Geld immer zum Fenster raus in schlechten Monaten für Schwippschwapp und Ofenkäse und in guten Monaten eben für eine VR Brille oder anderen Elektroschrott Er hat schließlich auch sein gesamtes Erbe innerhalb eines Jahres verlebt ein Großteil seines Geldes ging auch häufig für Ingame Währungen raus auf dieses Thema werde ich noch mal gesondert mit dem guten Cookie sprechen in ein paar Tagen reden wir nämlich noch mal über Reiners inneren Kreis also wie er mit Menschen umgeht und was er von Unterstützern erwartet das Wochenende wird auf jeden Fall spannend bleiben denn Vögel zwitschern schon dass er mal wieder das Hotel verlassen muss es kann also durchaus sein dass entweder heute oder morgen von Rainer ein Stream und von mir ein Update kommt ach und was ist jetzt eigentlich mit dem Boxkampf naja eigentlich war das ja klar ich wünsche allen Zuschauern auf jeden Fall ein schönes Wochenende genießt das Wetter mit Freunden Familie Partnerin oder Partner und fahrt nach einem schönen Frühlingstag mit eurem Auto nach Hause dort wo es gemütlich ist ja und noch eine Kleinigkeit zum Thema Finanzen jetzt wo es langsam wärmer wird könnte Rainer zum Beispiel tatsächlich im Freien schlafen überlegt überlegt euch das mal er würde wirklich relativ ja ich sag mal regelmäßig im Freien schlafen niemals niemals glaube ich nicht also man kann ja gerne sein Waldquartier mal im Auge behalten aber ich glaube das nicht der wird immer in irgendwelchen Hotels oder zur Not in irgendwelchen Sparkassen unterkommen das glaube ich alles nicht aber wie die mit schon sagt auf jeden Fall euch ne denkt aber dran euch geht es viel viel besser als Rainer ihr habt eine geregelte Arbeit ihr habt ein geregeltes Leben wahrscheinlich ein Partner Freude im Leben ein warmes Zuhause ein warmes Bett das sollte man auf jeden Fall schon wertschätzen und wenn es euch mal schlecht geht dann denkt da einfach dran Rainer geht es immer schlechter ich verspreche euch aber dass auch in dieser Zeit ja alle Hotels aufgesucht werden bei denen er noch kein Hausverbot hat ich hätte jetzt auch keine Lust im Wald zu schlafen aber ich bin auch nicht in Rainers Situation und wenn ihm der Führerschein so wichtig wäre und er tatsächlich daran glaubt dass ihm eigentlich nur noch 1400 Euro fehlen damit er ihn zurückbekommt ja dann sollte er vielleicht einmal Prioritäten setzen aber und ich bin es fast schon leid Rainer kann es nicht er weiß es nicht denn er weiß genau genommen gar zu 100% unterschreiben ich verstehe den Sinn nicht von unserem Marzipan Mogul wenig reich werden will aber eine Familie Kinder und Haus wie soll das gehen kann mich jemand mal aufklären du das kann ich dir nicht sagen denn das kann dir nur wahrscheinlich nur der Lord persönlich beantworten frage ihn aber nicht zu direkt sonst gibt es den Instant Bann ja Wünsche und Finanzen ein wunderbares Video schaut bei Dem Beziehungsweise bei Dem Video auf Dem 2 Kanal vorbei werde ich dann auch unten verlinken sehr sehr nice